Hi YouTube, was geht ab? Freunde, es ist wieder soweit, wir spielen eine Folge Quaft Attack, yo, yo. Und bevor wir die Folge anfangen und bevor wir auf den Server gehen, ein riesen, riesen Shoutout an Horizon 7. Der hat mir letztens nämlich, als ich im Stream war, einen Vorschlag geschickt für meine Säulen, wie ich weiterbauen möchte. Und zwar diese hier. Und ich hab mich für diese hier entschieden, glaub ich. Und was aber übelst geil ist, ich hab dem geschrieben per Twitch.dm, ob er mir vielleicht es so als Bauanleitung schicken kann. Bro, und er hat das gemacht und es ist so unfassbar geil. Haltet euch fest. Übelst geil. Wir werden vorher erstmal die Brücke fertig machen, aber danach werden wir die machen. Und ich wollte schon mal einen Shoutout geben. Ich find's wirklich unfassbar krank. Wirklich big, 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 big Shoutout. Big, big Shoutout. Und was er auch gemacht hat, was ich übelst geil finde. Schaut euch das an. Er hat hier so einen Kasten gemacht. Vielleicht die Leute, die im Streaming das verfolgt haben, haben es gesehen. Ich hab immer getestet, wie es quasi aussah, wenn es dunkel ist und mit Shader und so. Und das kann ich jetzt hier nämlich auch machen. Und ich find, die kommen ernst böse, Bro. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich mich für die Rechten entscheide. Ich mach's nochmal ein Stück, Hella, kurz. Ich weiß nicht, ob ich die nehmen soll mit diesem... Die haben hier so ein rotes Holz. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll quasi mit diesem roten Bart. Oder ohne. Ich war eigentlich erst ohne. Also wir waren sehr, sehr überzeugt von ohne. Aber ich find beides irgendwie geil. Und ich bin mir irgendwie unsicher, welches von den beiden ich nehmen soll. Vielen, 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 vielen Dank. Dickes, dickes, dickes Papa L in den Chad Jungs an Horizon 7, Mann. Absurder Chef. In dem Sinne, ab auf den Server. Das ist der aktuelle Stand, in dem wir uns befinden. Und ich find Realtalk... Ich fand's grad geil, auf den Server zu kommen. Ich find's ernst cool. Ähm... Oh mein Gott. Was ist los? Ähm... Kannst du mich besuchen, komm, bitte? In real life? Nein, nein, nein. In MyGrift? Ja, warum? Oh nein. Muss ich wieder... Nein, 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 nein. Muss ich wieder ein Escape Room machen oder so, Bro? Er wird wieder getestet, wer der dümmste auf dem Server ist. Nein, 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 nein. Ja, ich komme. Digga, holy shit. Heiko sieht ja übelst geil aus jetzt hier mit dieser... Mit diesem Auge da. Mit dieser Nether-Pussy da. Holy shit. Okay, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ähm... Ich bin bei dem Turm. Beim Turm. Siehst du da eine fliegende Insel? Äh... Ah ja. Oh nein, was ist das? Komm her. Darf diese Insel nämlich nicht verlassen. Oh nein. Ach, oh mein Gott, machst du gerade ein Video oder was? Na klar. Oh mein Gott. Was ist das für ein Video? Ich bleibe den ganzen Tag heute auf dieser Insel hier. Ich darf sie nicht verlassen. Es gibt die ein oder andere Regel, aber... Du kannst mir weiterhelfen. Okay. Sage was... Du musst mir etwas sagen, was ich bauen soll. Und komm später wieder und sagst, was okay ist. Das ist Code Red und Code Yellow. Lass das bitte. Du musst sagen, was ich bauen soll und das danach bewerten. Und wenn du es gut findest, darf ich mir einen Slot hier rausnehmen. Einen Slot hier rausnehmen? Hier aus der Chest. Oh, okay. Okay, so Skyblock mäßig. Ich check. Ich möchte, dass du einen großen Schwanz baust, der auf Wenis Pilz abejakuliert. Boah, das ist schwer, Digga. Okay, Frage. Ich checke. Was, wenn du die Idee, die ich dir gegeben hast, austauschst mit einer TNT-Kanone? Ich habe keinen Material in Bratan. Okay. Wäre aber stark gewesen. Nee, Bro. Ich glaube nicht. Hättest du noch mal ein paar Tweet-Impressionen farben können. Ich würde es kein Twitter mehr. Ich auch. Wirklich? Ich habe gelöscht. Ich auch. W. Wow. Wir sind beides jetzt bessere Menschen. Okay. Ich fange mal an zu bauen, mein Besser. Ey, Bratino, hau rein. Kuss, kuss. Ich glaube, das finde ich gut. Okay, dann machen wir mal ein bisschen heller und dann geht es rein ins Bauen, Freunde. Wahrscheinlich seht ihr wieder irgendeinen Dings. Wie nennt man das? Che, wie heißt das, Bro? Zeitraffer. Hier seht ihr irgendeinen Zeitraffer wahrscheinlich. Kevin, dein Schwatz ist fertig. Ach nein. Jetzt schon? Digga, und ich sage dir ehrlich, ich bin auch ein bisschen überrascht von mir selber, aber der ist auch krass geworden. Ach Gott, Bruder, ich habe das Gefühl, du lügst einfach. Nein, nein, nein. Ich schwöre dir, der ist krass. Ja, okay, ich komme. Du kommst. Ich komme jetzt. Aber nicht in meine Hose. Ach nee, Bro, nee, Digga. Oh Mann, Alter. Ist das krank. Er spritzt auch zum Pilz. Ist das krass. Und hat Haare am Sack. Ist das krass. Ja. Ist geil, oder? Ja, ist nicht schlecht. Ist besser geworden, als ich erwartet habe. Also nimmst du es ab? Ich würde sagen, geht durch. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gut spritzender Penis. Dankeschön. Das heißt, du darfst jetzt eine Sache rausnehmen? Du darfst mir eine Sache geben davon. Oh, ich darf das aussuchen? Nein, nein, nein. Ich suche es aus und du gibst es einfach. Ah, okay. Gib mir die Raketen. Oh, du bist so ein... Nein, 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 das will ich nicht, das will ich nicht. Legt es wieder dahin. Du kriegst das verrottete Fleisch, du Hund. Nein, 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 nein. Nimm das verrottete Fleisch. Gib mir Raketen. Okay. Aber du kriegst nur die Hälfte. Nein! Du musst mir alles geben, Papa Platte. Nein, bitte! Bitte! Ey, ich mach die Regeln nicht. Bitte! Das waren meine Regeln. So gut war der Penis halt doch nicht. Nimmst du die selber jetzt raus? Ich hab jetzt einen Stack. Bruder, es geht um einen Slot. Ist das wieder so Clickband wie das Video, wo du Leuten alles kaufst, was in Minecraft passiert ist? Du kleiner Bastard, warum weißt du davon? Warum weißt du davon? Die haben alles bekommen. Ich habe meine Augen überall. Alles, was die da gebaut haben, haben sie als Schlüsselanhänger bekommen. Ist doch geil. Alright, Freunde. Es ist das Hugo-Event. Und das ist der aktuelle Stand, den wir gerade haben. Ich find's geil. Hugo macht jetzt ein kleines Event. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das hier so lasse. Aber ich... Ja... Chat schlechte Neuigkeiten. Ich werd in den ersten paar Sekunden rausfliegen. Ja, ja. Ich find nicht mehr so. Wenn ihr raus seid, seid ihr raus. Okay, okay. Das ist nur ein Mini-Event hier. Okay, seid ihr ready? Warte, ich muss doch kurz was machen. Ja! Hul sagt, es geht jetzt los. Uff. Okay. Hugo sagt, ihr seid alle ganz schön brav. Okay. 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 Also... Eto, halt dich fest. Okay. Hugo sagt, springt! Ich kann mich nicht zurückhalten. Sneakt! Hugo sagt, sneakt! Das ist so kacke! Das ist so kacke! So einer feiert sich! Was, was, was? Der jetzt ist von nicht verstanden. Hul sagt, springt! Hat Bugo gesagt, wir sind alle raus! Hul sagt, sneakt! Hul sagt, springt! Mann, Bro! Oh, das ist ganz dick! Mann, das ist schlecht! Alter, ist so freigefallen! Lugo, Digga! Das ist doch schlecht! Hugo sagt, springt! Mann, Digga, tot! Das ist so kacke! Sneakt! Ich bin nicht mehr so einer. Hugo sagt, springt! Springt! Was wäre ich gesprungen? Hugo sagt, schaut nach links! Hugo sagt, schaut nach rechts! Hugo sagt, springt! Sneakt! Oh! Papa, du bist raus! Ich wusste, dass wir jetzt rausfinden. Ich bin so schlecht und sowas. Ei, ei, ei. Okay. Du bist jetzt mein Scherge. Ja. Oha, stark! Oha! Digga, was machst du? Digga, Bro hat auch ein Löffel. Applaudieren! Ich hab's nicht gehört. Hallo? Hallo? Hugo sagt, applaudieren! Das hat alle gefeiert, Jungs. Oh Mist. Roll. Hä? Habe ich gesagt, aufhören! Oh, ihr seid alle raus! Das war's! Neue Runde! Können wir bitte schlafen? Oh, Hugo sagt, schlafen sofort. Das geht doch nicht. Geht nicht. Wie sollen wir das machen? Wie soll das gehen? Prost! Alle raus! Alle raus! Ich tu's! Ich bin der Einzige, der schlägt! Totes Event! Oh, endlich. Bruder, der Unterschied zwischen den Events in den ersten zwei Wochen und diesem hier ist verrückt. Bro, no joke. Warum? Ich fand... Oh. Okay. Hugo sagt, schau nach rechts. Hugo sagt, schau nach links. Hugo schaut, äh, um. Was? Hugo! Was? Was? Hugo schaut um. Hugo sagt, schau nach oben. Wie war das ein Erfolgsformat von Gomme? Bro, was ist das? Bruder, Gomme musste es ja richtig gut gemacht haben. Hugo sagt, schau zu mir. Oh, Mann, Stegi! Sorry. Hugo sagt, äh, lasst ein bisschen mehr Platz zwischen euch. Mann, Digga. Okay, Hugo... Okay? Okay, Hugo sagt, bast die GEG und Stegi, ihr seid in einem Finale. Okay. Okay, Hugo sagt, folgt mir. Der Erste, der runterfällt, hat verloren. Okay? Okay. Hugo fragt, habt ihr verstanden? Hier steht auch ein Zapp dran. Ich hab die Regeln verstanden. Okay, Hugo sagt, drei, zwei, eins, go! Nein, 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 nein. Ach, Mann. Ach, Digga. Ach, Mann, Digga, was macht ihr? Das ist so kacke. Was ist das scheiße? Hugo, mach ein Totenspiel draus. Wer als erstes von uns, die wir uns von denen umbringen kann. Hugo sagt, eine Ebene ist hinzugekommen. Nein! Hugo sagt, ihr dürft nicht titten. Was dürft ihr nicht? Titten? Was dürfen wir nicht? Hugo sagt, nicht titten. Achso. Kevin, raus aus dem Spiel. Ja, ja, oh mein Gott, sorry. Sorry. Aber du hast dich Hugo sagt gesagt, dass er raus soll. Sorry, als hätte ich mein Leben riskiert gerade. Hugo sagt, Stiggy, trau dich. Ich dachte Totengame vielleicht. Einfach Hugo sagt, Stiggy, trau. Basti, tanzt wie in allen Seiten. Nicht hinten. Hugo sagt, er sehnt sich. Applaus für Basti, GRG. Hugo sagt, Basti, GRG, du bist ein Gewinner. Juhu, das ist der schönste Tag, endlich. Ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge. Ich finde, am Ende des Tages sind wir alle Gewinner, weil jetzt ist es vorbei. Jo, ab nach Hause. Hallo, du bist tot. Übelst geil. Hugo sagt, das war's. Ja, toll. Hugo sagt, das soll vorher hochladen. Hugo sagt, du willst das Pub-Mail machen. Hugo sagt, ladet es nicht auf YouTube hoch. Hugo sagt, bitte, hä? Ach, Digga, Mann, ey. Also schau mal, die hatten das so quasi gemacht hier. Ähm. Quasi so. Diese Reaction klaut dir das Rampenlicht. Absolute Goldgrubbe. Und dann so und dann halt wieder so ein Block irgendwann. Checkst du? Okay, ist simpel. So einfach, aber halt ein bisschen vielleicht länger. Aber damit du es dir vorstellen kannst, so. Und dann immer wieder. Es muss aber halt gleichmäßig irgendwie sein. Ich weiß nicht genau, wie man das am besten macht. Probierst du grad was anderes aus, Bro? Oder was machst du? Ja, ich probier grad ein bisschen rum. Ah, okay. Ich check. Ja. Ja. Was ist, wenn wir Amboss probieren? Boah, Amboss könnte zu... Das ist expensive, das frag halt, aber... Ja, das juckt nicht, aber halt... Wenn die so gespannt dann aneinander sind, ist das, glaube ich, nicht so geil. Hm. Ich finde, man checkt das irgendwie nicht. Das passt irgendwie gar nicht zum Rest. Checkt man vielleicht auch Stahlketten? Also, die sehen doch nicht aus wie eine Mauer, oder? Hm. Nee, Leute. Das ist mega scheiße. Das finde ich mega arsch. Ich habe mal kurz sechs Ampen gecraftet. Wie war's die? Ambibien. Es sind nicht Ambibien. Doch, doch. Es sind nicht Ambibien. Was sonst? Wie sind Ambussis? Ampen. Wie findet ihr das, Chat? Kette an die Slaps connecten. Chat, die wir in der Mauer sind. Also, ich habe es mal gemacht. Ich weiß nicht. Züch, Bros, Rich. Tut mir leid. Bro, vater, was ist... Der Sound war so satisfying. Ach, Mann! Digga, du Maniac, Alter. Wer ist denn er? Mann, so ein Spielverderber. Real Tor, wie unnötig. Ah, ich check, aber das... Nee, weiß ich nicht. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sag einfach, was das scheiße ist. Ja, das ist kacke. Man muss ja auch sagen. Boah, wir sind so tief im Rabbit-Hoe-Hera drin. Wir machen wirklich so die kleinste Scheiße. Lass mich bitte zaubern. Lass mich bitte zaubern. Ja, 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 ich lasse dich machen. Ja, ich ahne, es ist es auf jeden Fall noch nichts. Stimmt schon. Ist es ein Ding, irgendwie sowas zu machen, so andersrum? Also, dass man das nimmt und dann irgendwie so und dann... Äh... Und dann da die Mauer? Also, es kann sein, dass es total scheiße aussieht. Ich will es nochmal testen kurz. Okay, Moment. Oh Gott, das ist peinlich. Ganz übel. Ich hab da nichts zu gesagt, weil das so scheiße aussah. Ganz übel. Okay, ähm... Also, ich find eigentlich, das find ich immer noch nicht schlecht, sag ich dir ehrlich. Auch wenn's natürlich sehr, sehr classy, also sehr, sehr stunny ist, check ich. Das find ich nicht bad. Bruder, ich sag dir, das ist so fancy, was du da baust. Bruder, aber es kann nur... What the hecking? Flip. Bruder, du hast Benjamin Blümchen gebaut, Digga. Wollen wir noch Kala Kolumna auf die andere Seite bauen, Bro? What the fuck? Ja, Bruder, du hast grad einen fucking Smoothstone Slap auf dem Amboss platziert, Bruder. Du solltest gar nicht sagen. Das war die... Das war das, äh, Metallgrauenvollste, was ich gerade in meinem Leben erleben musste, Digga. Ich sag, diese dämliche Brücke braucht kein Geländer. Diese Zwerge waren doch auch keine Maniaks und sind darunter gefallen. Guck mal, original. Das sind keine Geländer. Deine Brücke braucht keine Grenzenraute. Bro, jemand meinte, die Brücke braucht keinen Geländer. Ist das gut? Weiß nicht. Bruder, das mit meinem Ding zu vergleiten ist verrückt, Bro. Leute, wie sieht's aus? Oh mein Gott. Was halten wir davon? Lass das die sehr lieber nehmen. Was ist, wenn wir gar kein Geländer machen? Nein. Nee, ich find, das ist so viel Schnickschnack. Weißt du was? Ja, okay, komm. Lass durchgehen. Lass uns jetzt einfach alles so lassen, wie es hier steht. Ich find's auch so richtig gut, wenn wir das einfach so lassen. Da können die Leute sich immer aussuchen, was hier im Kurs ist. Der KW-Hunt ist das perfekte Produkt für dich. Oh, heute find ich die Ambosse geil. Ja, dann geh ich mal damit. Oder? Dann können die Leute sich aussuchen, was die am besten finden. Ist krass. Heute mag ich das wunderschöne Brückendesign, was mehr Tiefe gibt. Heute mag ich die Ambosse. Man muss dann sich so entscheiden, wie man reinläuft. Man muss dann so reinlaufen. Warte, guck mal, guck mal. Peak. Bro, man muss sich entscheiden, ob man so reinläuft. So, oder andersrum. So. Man, Digga, er ist respektlos hier, Digga. Was meinst du? Ich find, der ist gut. Mann, Digga. Ich finde, der Slap auf dem Amboss war nicht so crazy scheiße, wie du gesagt hast. Was sagst du dazu? Das ist nicht schlecht. Das find ich gut. Ja, dann auch aus so Dirt, Digga. Das Material ändert sich so. Auch noch so alle drei Penisse, Digga. Mein Mann, Alter. Wie wäre Kette mit Amboss? Slap obendrauf ist optional. Mann. Was sagst du? Willst du sagen, dass sie mit deinem Verstand verloren? Findest du dich? Vielleicht kann JoCraft uns sowas bauen, dass so unendlich viele Ambosse von oben immer links und rechts runterfallen. Dass da wie so ein Vorhang an Ambossen immer runterfällt. Aber konstant in so einem Loop. Meinst du Ambossi? Ambossis, ja. Vorplatte, bedank dich. Dachte Flying Uwe. Und bei was? Bei Basti GERG. Für was? Für den Raid. Oh! Basti! Du bist der beste Variety-Streamer. Und Kevin ist saulangweilig. Kennst du das? Langweilig. Das wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen cringe gewesen. Hättest du es nicht gewünschen können. Nein, 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 Digga. Ich kenn es. Silas hat das gekauft, ne? Ähm, kann sein. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich muss eigentlich auch gleich offline gehen und fast da raiden. Ich kann doch nicht während der Geburtstag hat hier im Call sein. Das ist doch scheiße. Okay. Alter, hier, schenk euch hinaus. Ich schenk euch hinaus. Oh, boah. Jo, danke mein Bester. Ich hau mir die direkt rein. Ich hab grad richtig Herzklopfen. Hast du wirklich? Bisschen. Hättest du aber schön. Ey, Chad, ich geh gleich offline und haus ihn, ja? Kann mir Counter oder so? Ich mach jetzt schon mal den Raid auf. Ich weiß nicht, ich zähle jetzt einfach runter. Zehn! Hast du ja liebe Grüße da? Neun! Neun! Acht! Sechs! Sieben! Ja, ich hab den Feier mit Brotstag und Minecraft! Hier, guck mal! Leute! Zum Geburtstag! Viel Glück! Zum Geburtstag! Viel Glück! Wo hat mir Safts gegiftet! Zum Geburtstag, lieber Feier! Das Kopp- und Warte-Geld geht bei mir rein! Happy Birthday to you! Dankeschön, Junge! Feier, ich wünsche dir ein wundervolles 23. Lebensjahr! Kann Marsha jetzt ins Zimmer kommen und mir gratulieren? Ja! Chill mal! Kriegen wir hin! Warum willst du... Also... Das ist verrückt! Nee, das ist mir wichtiger! Das ist verrückt! Das ist verrückt! Bruder, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben! Du bist eine große Inspiration für mich! Ernst! Wow! Warum sieht Stegis aus wie er aussieht? Kurze Frage! Das ist mein Fire-Skin! Ich hab mich in der Schale geworfen! Das ist scheiße! Das ist scheiße! Ich dachte, wir kommen alle verkleidet eigentlich! Alright, ich bin erst mal weg! Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Männer! Tschau sie! Hä? Ja, ich hab rüber gehorstet zu dir! Ich mach jetzt Feierabend! Hast du wirklich? Ja, hab ich! Alter! Danke, Papa Platte! Basti und Papa Platte rated I'm! Ich hab die Infinity-Steine! Bruder, alle beide! Alter! Alright, Freunde! Das war's für heute! Morgen geht's weiter mit einem anderen T-Shirt! In dem Sinne! So, hab mich kurz umgezogen! Weiter geht's! Wir gehen jetzt in die Base und bauen die Statuen weiter! Die YouTube-Zuschauer wissen nicht! Die wissen nicht! Diese Vollidioten! Real Talk! Vielleicht lassen wir's ohne Geländer! Ich weiß nicht genau! Wie seht ihr das, Shirt? Also müssen wir mal gucken! Müssen wir mal gucken! Deswegen werden wir heute im Laufe des Tages entscheiden, denke ich mal! Ja, eine Fabo-Base-Bewertung wird's nicht geben, lol! Wir werden uns jetzt an die Statuen machen! Horizon 7, Shoutout nochmal! Hat die gemacht, vorgebaut! Jetzt werden wir die bauen! Wir gehen jetzt rein, Freunde! Wir gehen jetzt rein! Hallo! Hi! Ich hab ne Entschuldigung, okay? Mhm! Komm mal mit! Oh mein Gott! Ich hoffe, es sind zwei doppelte Kisten Kabel-Deepslay! Was brauch ich für die Statuen? Oh, das ist das Bugs! Okay! Das ist Bugs! Hint da rein! Hier! Was ist das? Hörst du nicht? Oh mein Gott! Alles erinnert mich an sie! Oh mein Gott! Ich vermisse sie! Wie findest du das? Das ist verrückt! Klim, du bist doch einer von denen, die wirklich bis zum bitteren Ende auf dem Craft-Detect-Server sein werden, oder? Sind das die Sachen, die ihr dann hier macht? Ich dachte, ihr finalisiert irgendwie eure Gebäude und shit, bro! Ich dachte, irgendwie leist du? Wir kommen niemals nach Dezember auf Craft-Sec, sag ich dir, aber es ist immer ein bisschen Bruder, was passiert hier? Fucking Sex-Partys? Sex-Partys im Joe-Craft-Haus? Normalerweise läuft hier alles, aber seit dem Fuchsel jetzt dabei ist, ist hier komplett Feierabend. Das stimmt doch gar nicht! Das war, also so war... Ich sitz da allein im Netz an Farme! Du bist das Letzte! Sorry! Und Feuchstein geht auch! Sorry, was ist das für ne Maschine? Warte, ich hab noch kleine Erweiterung für die Maschine, einen Moment. Ähm... Nein! Lass mich hier kurz mal ein paar Anpassungen vornehmen. Ist es der Drachenkopf? Hä? Nein, nein, einen Moment. Ist es aus? Ah, nee, ist es an. Ah, ich weiß, er will den Pisten. Ja, ja. Ah, der Landrot. Oh nein! Lass mich mal ganz wohl nachstochen! Oh mein Gott! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein, oh nein! So. Aber vielen Dank! Danke für die Entschuldigung! Hä? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Bis später! Alright! Feierabend für heute! Däger! What the fuck! Geil! Boah! So, ich muss mich ganz kurz nochmal umziehen. Äh, jetzt ist mir viel angenehmer. Es ist ein bisschen kalt hier, deswegen hab ich mir kurz ein T-Shirt und ne Mütze angezogen. Alright, und wir machen weiter! Juhu! Hallo Feister! Hey! Hey! Bau die Mauern bei Part 6 ran, du Hund! Ah, okay, ja, ja, ja. Das war mich selber, das hab ich selber geschrieben. Äh, vor 10 Minuten. Das war heute noch, das ist der selbe Tag. YouTube ist immer noch der selbe Tag. Äh, weißt du? Ich habe ein großes Problem gelöst, was wir letztens hatten. Und zwar hatten wir ja, ähm, die Mauern gebaut. Und du hattest ja deine glorische Idee mit dem Amboss und dem Cleanstone Slap. Also, das war ja auch ganz cool. Und ich hätte ne kleine, ähm, Hommage dran gemacht. Ja. Ähm, wie findest du das? Also, wie fändest du das? Ich fänd das sehr cool, wenn wir das so lassen würden. Das ist verrückt. Bro, Loki, Loki hart. Du, ich wusste ganz genau. Ich hab No-Joke davor gepinkt, was du sagen willst. Ich wusste genau, dass du es sagst. Loki, Leute? Das ist, das ist fresh. Das lassen wir so. Ja, man, für die Leute, die das nicht checken. Wir haben es übrigens Brainstoff, wie wir das hier machen. Und das hier war einmal mein Vorschlag. Und Feister fand den Anvil mit dem Slap drauf so scheiße. Ich sag, das war nicht der schlechteste Vorschlag, den wir an dem Tag hatten. Ich sag, ein weiterer schlechterer Vorschlag kam da von dir an dem Tag. Aber gut. Aber wie findest du den großen Anvil in der Mitte? Digga, das ist verrückt. Ja, den find ich, Digga. Können wir den lassen? Ich find das Loki, ich find das Loki ernst hart. Das geht wirklich hart, oder? Das geht Loki hart. Digga, das wäre so krass, wenn du das lassen würdest. Bro. Digga, du hast diese krassen Statuen und dann ist da dieser Amboss. Hugo, guck mal, wie findest du das Design? Warum ist das ein Amboss? Nein, nein, nein. Es ist nicht nur ein Amboss. Schau mal. Es ist auch eine Cleanstone Slap drauf. Es ist ein Amboss mit einer Cleanstone Slap. Sagst du? Aber warum? Bruder, manche Dinge im Leben wird man nicht verstehen. Man muss sie einfach akzeptieren. Es war voll krass, dass Feister das so schnell gebaut hat, während du kurz auf Toilette warst. Ja, ne? Übelst krass. Krass. Also wirklich crazy, dass Feister diesen Amboss und das alles so schnell hingezaubert hat. Man könnte fast meinen, er hat dafür den ganzen Tag Zeit gehabt. Aber ich war nur kurz auf Toilette. Klar, ich war ein bisschen größer und so. Aber crazy. Hat er ernst schnell gemacht? Ich weiß nicht genau, wo würdet ihr das Lager hinmachen? You know? Wo mach ich das hin? Mali und Papaplatte sind Acks. Wann ich crazy hart? Wann ich crazy hart? Digga, wie oft soll ich noch sagen? Kevin, für euch ist Papaplatte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Merle, ich hasse dich. Das war so laut. Merle, so ne Scheiße. So ne Scheiße. Das war so ne schlechte Qualität. Das hat sich so null echt angehört. Das war einfach nur laut. Ist das Scheiße, ist das Scheiße, Digga. Ich hab grad halbe Stunde lang rum überlegt, was ich jetzt für einen Sound abschieben kann. Geht's doch so ein Pferd machen können, das find ich auch witzig gewesen. So ein Pferdevian. So ein Pferdevian. So ein Pferdevian. Oh Mann, ey. Scheiße. Was geht ab? Jo Meister, ich brauch deine Hilfe. Hab letztens wieder eine ehemalige Schulfreundin getroffen. Ich hab einen totalen Crush auf sie. Nur keine Ahnung, was ich machen soll. Oder wie ich sie ansprechen soll. Merle, schau mal, deine Flirting-Skills sind doch crazy, oder? Ein Zuschauer von mir braucht Hilfe. Meine was für Skills? Flirting-Skills. Och, halt doch die Fresse. Ja klar, ich helfe. Pass auf, pass auf. Also jemand hat jetzt quasi eine alte ehemalige Schulfreundin wieder getroffen und hat einen übelsten Crush. Oh, das klingt ja von... Schlechte Idee. Ja, wie würdest du von hier jetzt vorgehen? Ähm, wie standen die so zueinander in der Schule? Ja, stimmt, das muss man auch wissen. Ja, wir brauchen Backstory. Wir gehen mal davon aus, ja gut, Schulfreundin halt, ehemalige Schulfreunde. Das heißt, die waren, sagen wir, gut befreundet, sagen wir. Hi, Basti. Hi, Basti. Hi. Wir reden gerade darüber, ein Zuschauer von mir braucht unsere Hilfe jetzt, okay? Auch deine, Basti. Du bist ja auch ein... Du wirst dich ja schon selber als Casanova beschreiben, oder? Basti GRG legt nochmal 100 Euro obendrauf! Für was? Achso. Nee, nee, es geht nicht um Geld. Aber du kannst gerne nochmal 100 Euro drauflegen. Du kannst gerne 100 Euro drauflegen. Ähm, es geht jetzt quasi darum, dass ein Zuschauer von mir eine ehemalige Schulfreundin getroffen hat. Und jetzt, halt dich fest, Basti, bist du ready? Ja. Einen totalen Crush hat auf die. Wie geht man von hier jetzt weiter vor? Eurer Meinung. Ich brauche Alter. Und wie lang ist die Schulzeit her? Waren circa fünf bis sechs Jahre, bin 23, sie auch. Okay, das ist die erste Information. Was brauchen wir noch? Ich meine, wie kam jetzt das... War das das allererste Treffen jetzt seit fünf, sechs Jahren, dass sie sich über den Weg gelaufen sind? Und war es jetzt einfach nur ein zufälliges Treffen oder war es Klassentreffen oder irgendwie einfach nur kurz in der Kasse gesehen oder worum geht's? Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss mir das ausmalen. Check ich. Wie war das Treffen quasi? Ja, war zufällig in der Stadt. Oh, okay. Oh, nee. Okay. Ja. Oh. Aber habt ihr da so... Habt ihr miteinander interagiert? Habt ihr euch irgendwie... Ja, genau. Habt ihr euch unterhalten? War das so... War das so... War das so... Bist du so vorbeigelaufen und dann hat sie so gesagt, Hi Marco! Und ist einfach weitergelaufen. Und du hattest dir so, Alter, die ist echt geil geworden? Oder wann hattet ihr ne actually Konversation? Checkst du? Alter... Ich hoffe, er hat das auch so gesagt dann. Bro... Bei mir steht grad die Nachricht, jemand, der sich nicht zeigt und jemand, der bei Mutti im Keller wohnt als Dating-Expertens bezeichnet, ist auch hart. What the fuck? 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 Ihr wurd geowned. Holy shit. Holy shit. Okay, okay, okay. Chill mal. Alter, ihr wurd geowned, man. Holy shit. Aber facts. Facts. Okay, pass auf, wir haben neue Informationen. Neue Informationen reinbekommen? Ja. Aber die Informationen kommen auch schon von der Person, ja? Nicht von irgendwelchen anderen. Also, er fährt einen grauen Audi A2. Mein Schatz fällt einfach irgendwas random. Jede Nachricht ist von irgendeinem random einfach. Ne, ähm, er hat geschrieben, haben geredet, hatte damals schon einen Crush, aber war halt viel zu schüchtern damals. Habs geschafft, ihre Nummer zu bekommen. What the? Hä? Okay, okay. Warum fragst du uns dann nach Tipps, wenn du selber als Schaffer zu bekommen? Jetzt geht's um den ersten Ansatz mit der Nummer, weil da jetzt noch nichts weiter passiert ist. Noch keine Nachricht, noch kein Anruf, nichts weiter. Okay. Da kommt der beste Anmachspruch von Basti GHG. Soll ich sagen? Hey, Puppe. Hey, Puppe, brauchst du eine neue Bettwäsche? Hey, Puppe, hast du Kuscheltiere? Ich könnte dir einen zuschicken. Ich mach meine eigenen. Es sind keine Tiere. Okay, sorry. Plüschis. Es sind Plaschis. Ihr seid beide Plüschis. Ihr beide seid die beiden Plüschisager, ne? Ja, das heißt auch Plüschi. 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 Sagst du? Ich hab mir gar nicht so viele Gedanken darüber gerade gemacht, aber ich finde, ein wirklich mutiger Step wäre einfach anzurufen. Boah, nee. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tod der Kol. Bro, shut the fuck up, Bro. What the fuck. Bro, das ist wieder ein Update des Jahres. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Tod der Kol. Tod der Kol. Digga. Nein, Bro, nein. Anrufen geht gar nicht klar. Nein, aber ich glaube, ihr habt das falsche Szenario vor Augen. Ich habe vor Augen, das sind Leute, die sich in der Schulzeit, also die haben Storys zu zusammen, die haben Anekdoten zusammen, die haben viele Gesprächsthemen rein theoretisch. Papa Platte. Hör auf zu. Oh, Bro, Bro. Einer hat geschrieben, ich wette, Basti hat seine Freundin über den Teletext kennengelernt. Bro, das hab ich gekillt, Bro. Teletext, Junge. Verrückt. 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 Ne, aber ich sage ganz ehrlich, ähm. Basti wird angerufen. Okay. Ich verstehe eure Reaktion, aber ich finde immer noch, ich finde immer noch in dem Kontext, okay, das ist kein ernstes Gespräch. Nein, 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 bleib hier, bleib hier. Basti, komm her. Basti, komm her. Basti. Basti, komm her. Basti. Warum fliegt hier so ein random Zombie lang? Mann, Kevin, du solltest dich raffen jetzt. Ja, ja, sorry, sorry. Digga, du bist wirklich letzte Reihe Schule gewesen, ne? Ja, sorry, sorry, sorry. Du warst immer derjenige, der wurde dreimal angeschnauzt und du musstest noch weiter. Okay, okay. Er hat jetzt eine Idee von sich selber und ihr sagt jetzt, wie ihr das findet, okay? Passt auf. Meine Idee wäre, bei uns kommen jetzt die Weihnachtsmärkte. Nur bei denen, nur bei denen. Sonst nirgendswo in Deutschland. Nur da. Nur da. Bei uns kommen die, Digga. Bei uns kommen jetzt die Weihnachtsmärkte und sie hat auf einen Adventmarkt, was? Und sie hat auf einen Adventmarkt bei uns nen Stand. Also sie hat nen Stand bei dem, okay. Und wollte sie dort fragen, ob sie eventuell nach dem Markt mit mir durch den Markt gehen will, nen Glühwein oder so trinken. Also quasi nach ihrer Schicht quasi. Ich würde es ein bisschen besser formulieren, aber ja. Quasi nach ihrer Schicht, dass du quasi sie, aber dass sie sich dann da treffen und dann darum gehen. Das findet ihr weniger Invading, als jetzt das Anrufen. Ja. Ja, 100 pro, weil sie kann ja Nein sagen. Aber bei dem Anruf ist es dann einfach da, der Anruf. Also ich schwöre, du kannst viel, du bist in der, ich finde, du bist in der viel krasseren, gepressurten Situation dann, als einfach bei dem Anruf zu sagen, dass du nicht rangehst. ReTalk, ruf sie an und frag sie das. Ruf sie an und frag, hey, was geht? Fang auch so an und dann... Mach, dann mach aber einen FaceTime-Anruf. Boah, das ist das hier doch, das ist das einzige, was noch schlimmer wäre. Bro, einen FaceTime-Anruf, Bro, als ersten, als ersten Icebreaker ist great. Aber, okay, warte, aber... Es geht doch nicht um Icebreaker. Warum redet ihr über Icebreaker? Nein, nein, nein. Dann ist das das falsche Szenario, was wir besprechen. Aber warte mal ganz kurz. Ich schwöre sogar, ein FaceTime-Anruf, das ist der krasseste Icebreaker überhaupt. Danach ist alles egal. Danach ist legit alles egal. Ich meine, am Ende des Tages... Also entweder, sie ruft nie wieder an, so, dann okay, weißt du, dann, ey, ganz ehrlich, scheiß drauf. Oder vielleicht, ähm, sagt sie direkt straight up im Call, yo, ich will dich sehen und dann geht jetzt das Tag über Weihnachtsmarkt und, ne? Ich glaube, am Ende des Tages, Realtalk, wenn sie, wenn es sein soll und sie die Richtige für dich ist und du der Richtige für sie bist, dann ist es, glaube ich, am Ende des Tages egal, wie man das macht, sage ich. Ich glaube, dann ist es am Ende des Tages egal, ob man Anruf, FaceTime... Nee, Realtalk, glaube ich wirklich. Digga, dass du mich hier, wirklich, dass du mich vor versammelter Mannschaft auslasst, um dann den zu drücken, dass du sagst, yo, wenn ihr zueinander passt, dann ist es egal, was du machst. Bro, das ist der dümmste Scheiß-Call of all time. Er kommt zu dir, fragt dich nach Rat, was er machen soll. Ja, wenn es passt, dann passt halt, ne? Jeder Top hat nen Deckel. Jo, danke dir für die zwei. Vor Gesamter, Versammter, Digga. Ach, herrlich, ey, herrlich, ehrlich, ehrlich. Nee, wir brauchen... Okay. So, boah, Junge, das hat mich komplett rausgeworfen hier aus meinem Grind. Ich will es jetzt ja wieder hier weiterackern. Aber das habe ich gerade gebraucht. Also, das Telefonat war der Call des Jahres, sag ich. Okay, wir machen einen ganz kurzen Break vom Bauen und gehen zu... Aber nicht die Schlacht. Wo muss ich hin? Digga, was war das denn für eine Scheiße? Wo muss ich hin? Die waren alle die gleiche? Es ist... Habe ich es verpasst? Ich habe die drei Wahlen gebaut, die die er gebaut hat. Ja, Hugo, musst du, einmal musst du. Habe ich es verpasst, Leute? Nein, nein. Es war nur Warnschuss, es war nur Warnschuss. Wo muss ich hin? Zum Herz. Zum Eventspace beim Hub. Zum Herz. Diggy? Ja. Warte, dass Kevin sitzt. Achso, soll ich mich auch hinsetzen? Warte, warte, warte. Ich sitze doch nicht. So, jetzt. Es ist spannend. Ist das deine Schwächste? Ja, Bruder. Es ist halt genau die gleiche, die du hast. Die werden ja auch eine tolle Scheiße sein. Ja, okay. Dann mach eine stärkere. Nein, nein, nein. Ich mach. Okay, es geht los in drei. Zwei. Eins. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Habe ich es gekocht? Das habe ich gekocht. Ja, Aua. Alter, Aua. Ich habe es gekocht. Bro. Ich würde aktuell sagen, dass Stegi minimal führt mit so 0,1 Prozent Schaden. Nein, Hugo hat ja wenigstens den Boden kaputt gemacht. Ja, aber der Boden ist auf seiner Seite. Wo ist Stegi sie gegangen ungefähr? Auch da. Nicht auf seiner Base. Okay, okay, okay. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ja, das ist echt krass. Das toppt nochmal die Kanone, die Hugo gebaut hat, um auf deine Base zu schießen damals, Kevin. Ich finde es auch geil. Oh mein Gott. Ich finde es geil, dass Stegi sich so Mühe gegeben hat und Hugo hat einfach so einen Cobblestone-Turm dahin gehauen, Junge. Nee, nee. Er sagt gleich was krasses. Hugo, bist du ready? Ich bin ready. Was kommt jetzt? Mein Geniestreich. Einer meiner drei Geniestreiche. Die selbe Kanone. Ich öffne die Tore. Oh mein. Was ist das? Was ist das? Meine Rakete wird gezündet. Was? Und zwar jetzt. Oh mein Gott. Ein Rambock. Okay. Oh. Okay. Okay. Torpedo. Alle haben gelacht. Nein. Alle haben gelacht. Torpedo mit zwei Kammern. Torpedo, Digga. Er ist so ein Held, Leute. Er beschützt es. Ich hoffe, sie explodiert. Bro, das wird nichts passieren. Ich kann auch nicht explodieren. Hoffentlich explodiert sie nicht. Ich werde einfach gegen die Warnung bleiben stehen. Ich werde einfach andocken jetzt. Oh, das wäre so krass. Das wäre so krass. Ich hoffe. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Crazy. Crazy Damage. Crazy Damage. Crazy Damage. Oh nein. Was sind's? Drei. Okay. Zwei. Eins. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay. Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Hä? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Was hast du vergessen? Ich hab's vergessen, das Rest schon wegzumachen weil ich es so geil fände. Oh mein Gott. Wäre wirklich krass, das stimmt. Hugo, kannst du diabolisch lachen, bevor du schießt? Ja, kann ich machen. Aber Stichy, du musst jetzt so sagen, du willst niemals gewinnen. Du willst niemals gewinnen. Verschwinde. Das wird dein letzter Block sein, den du gesetzt hast. What the frick? Are you ready? Ich bin ready. Okay, Runde 2. Wir brauchen Luftunterstützung. Artillerie kommt. Oh, sie kommt hier. Zack, zack. Mach nicht mal Countdown, Digga. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, meine fliegen dich. Deine fliegen einfach nicht. Deine Bomben einfach nur auf der Stelle. Bei mir sind die gefreut. Oh, seine kleinen Maschinen fliegen nicht los. Nein, er hat drei Kratermaschinen gemacht. Ach der, wir sind zu nah bei Schradin. Nein. Der kann nur noch die Bomben. Oh nein. Bro, ich weiß nicht. Ich will nicht sehen machen, der Burg ist weg, glaube ich. Hast recht. Leute, Hugo hat gewonnen. Digga, hat einer die Rakete gesehen von mir? Ja, ja, ja. Ich habe mich da geil geschossen. Warte mal ganz kurz. Habt ihr für diese Aktion gerade jetzt eine halbe Stunde gefarmt? Kurze Frage. Digga, das war nicht eine halbe Stunde, das waren 15 Minuten. Ja, okay. Hugo, deine Kanone hat... Ja, geil, ich gehe zurück zum Building. Ey, Stegi. Freunde, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mach's gut. Mach's gut. Warte mal. Tschau, sie. Gute Session. Gute fucking Session, Bro. Gute fucking Session. Ich bin wirklich zufrieden, Bruder. Es wird langsam. Es wird langsam. Mann.